halli hallo meine lieben herzlich willkommen oder auch herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich freue mich dass du eingeschaltet hast schön dass du da bist ich sitze hier gerade im strahlenden sonnenschein nachdem ich jetzt eben auch schon ganz lange mit meinem hund draußen gewesen bin und versucht habe meine akkus aufzuladen also ich bin nicht rausgegangen und mit dem gedanken ich versuche meine akkus aufzuladen ich habe mich eigentlich ganz normal und wohl in mir selber gefühlt und als ich jetzt zurückkam vom vom gassi war ich irgendwie erschöpft und das gefühl war so meine akkus sind leer ich kann nicht mehr und dann habe ich jetzt ein kurzes video für euch gedreht und habe dann gesagt mal schauen wie es mir gleich geht nach meinem kaffee dann drehe ich euch vielleicht noch ein längeres ich glaube es liegt nicht nur am kaffee dass jetzt meine energie wieder ein bisschen höher ist und dass ich mich besser fühle sondern es liegt auch unter anderem an der erkenntnis was und wieso ich mir hier gerade energetisch die die lichte ausgeschossen habe oder mir meinen akkus selber leer gesaugt habe also statt beim beim gassi hier im sonnenschein mit dem blauen himmel an diesem wunderbaren gefühl einfach draußen zu sein wie fing der satz an also der grund warum ich mich beim gassi gerade nicht aufgeladen habe sondern mir die energie abgesaugt habe ist der dass mein kopf in einer tour am rattern gewesen ist welches video ich als nächstes hochladen könnte und ich habe auch schon so ein bisschen rum beleuchtet woher kommt das jetzt auf einmal wieder und ich habe die wurzel gefunden und zwar hat gestern abend eine freundin von mir die liebe sie grun die auch regelmäßig meine videos schaut die hat dann gesagt ich habe schon so lange nichts mehr von dir gesehen wie geht es dir denn was gar nichts mehr hochgeladen ist alles okay und dann habe ich gemerkt okay es fällt auf dass ich etwas nicht mache umgekehrt heißt das ja dass es auch auffällt wenn ich es tue und das hat mich total gefreut irgendwie weil ich auch im kopf hatte ja ich werde jetzt am wochenende auf jeden fall ein video hochladen und ich habe es tatsächlich geschafft aus dieser frage hey was los man sieht mal wieder ein video hoch ich habe es geschafft mir daraus wieder so einen hammer zu basteln der jetzt mit auf dem acker war und der mir die ganze zeit eingehämmert hat du könntest dies machen du könntest jenes machen und wann machst du das am besten machst es nachher beim kaffeetrinken oder gehst jetzt doch an den nächsten baum aber hier sind so viele leute heute unterwegs oder vielleicht macht es hier oder da oder dort also tausend sachen in meinem kopf los und einfach total laut also im prinzip hätte ich auch auf eine cocktail party gehen können wo nur gelaber und geschwätzt ist hätte mich da anderthalb stunden oder ein dreiviertel stunden zu labern lassen und nach hause gehen dann wäre ich genauso aufgeladen gewesen wie nach diesem gassi also dieses innere geplapper in meinem kopf das war nicht kraftgebend sondern das war kräftezehrend ja und jetzt nach meinem coffee den ich jetzt hier in aller ruhe getrunken habe habe ich mich wieder runter gefahren und habe gesagt okay eins nach dem anderen alles ist gut lass es ins fließen kommen dann kommen die themen sowieso nimm dein stativ nimm dein mikro und dann ist doch alles egal ob du es jetzt beim kaffee kochen nach dem kaffee kochen auf klo macht es ist wurscht es ist total egal weil mach einfach so was in meinen kurs stunden auch wenn ich eine kurs stunde vorbereitet habe weil ich gedacht habe ich muss jetzt hier eine super step oder aerobics stunde irgendwie abliefern ich muss jetzt hier mega was vorbereiten ich habe ständig meine choreo vergessen ich wusste mehr wo hinten und vorne ist ich habe habe mich einfach verlaufen in meinem eigenen plan und achtung aufgepasst verlaufen im eigenen plan das soll ich noch mal so unterstreichen da wurde mir gerade im gehirn noch mal so ein blitz gegeben verlaufen im eigenen plan das ist gut wenn du damit in resonanz bist schreibst dir mal auf verlaufen im eigenen plan und die besten stunden außer jetzt cycling da habe ich meine musik immer vorbereitet das ist völlig was anderes als jetzt eine choreografie zu basteln ich habe meine kurs stunden immer dann am allerbesten gerockt wenn ich eben nichts vorbereitet habe sondern eingestiegen bin in das was gerade war und manchmal war die energie zäh und langsam und träge da haben die teilnehmer schon so geguckt wie ich mich gefühlt habe so ja alles klar also machen wir heute ein bisschen rücken ja oder wenn die da schon so standen so ich sehe schon wir machen hochintensives interval training ja und dieses dieses beobachten was was so da ist und gucken wie ich mich selber fühle und daraus dann zu schöpfen das ist immer das was am aller allerbesten funktioniert und dieses verlaufen im plan das führt dann zu diesem dauer flipper ja kannst du dir auf jedes thema umlegen verlaufen im eigenen plan und der dauer flipper im kopf und ich habe hier auf youtube eine neue freundin die geld könnte ja mal reinschauen die hat mit ihrem zweiten kanal jetzt erst vor einiger zeit angefangen und sie ist im prinzip aus ihrem job ausgestiegen um mal für ein jahr was ganz anderes zu machen und sie hatte so eine idee wie sie das machen könnte mit zu unterstützern und wie viele sie dann braucht und schaut euch an die ist mir sehr sehr sympathisch und sie hat relativ schnell gemerkt dass das aus dem job raus der job laugt mich aus der job macht mich fertig ich kann nicht mehr burnout dies das ananas ja hat sie ganz schnell gemerkt scheiße wenn ich aus dem job raus bin ist das gelaber in meinem kopf ja immer noch da und ich gehe immer noch in dieses lalala lalala das heißt ich habe ja ständig immer noch stress obwohl nach außen hin doch die umstände verändert sind aber jetzt sind die themen anders jetzt geht es um die existenz jetzt geht es darum wie wie überlebe ich und dann renne ich zu dem job und dann renne ich zu dem job und dann ja ich habe zwar keinen offiziellen job mehr ich habe jetzt mein leben komplett einmal aufgebrochen auf links gedreht und im schleudergang rückwärts gefahren aber so fühle ich mich auch und ich weiß überhaupt nicht mehr wo hinten und vorne ist ich persönlich bin da ja ein fan von ich sage immer also nicht wenn ich drin hänge wenn ich im chaos drin bin mag ich es nicht aber wenn ich schaffe klarheit zu finden und das schaffe ich immer öfter dann kann ich sagen erst kommt die verwirrung dann kommt die entwirrung und dann kommt die klarheit und alles was du machen kannst ist in so kleinen schritten immer zu gucken was geht und was geht halt nicht ja und bei bei der geld beim geld ist es so dass sie jetzt auch festgestellt hat der job bin ich beziehungsweise der stress bin ich ich bin das in mir drin ich mache jetzt hier zwar einen auf neu anfangen aber in mit drin ist noch das alte muster und das muster rennt das muster findet ideen findet lösungen das muster übertreibt das muster brennt dich aus und das muster heißt ich muss noch so viel machen warum auch immer und das kannst du dich halt fragen wenn du dieses muster kennst ich muss noch so viel machen weil ich dann mich besser fühle wenn ich weiß ich habe alles gemacht fühlst du dich wirklich besser oder fühlst du dich hinterher total k.o. und die frage ist was tust du für wen und so weiter also blablabla ja und was ich aber so großartig finde ist dass die geld in einem der letzten videos gesagt hat ich habe gemerkt dass dieses ich muss raus aus dem job der job macht mich fertig dass sie erkannt hat dass nicht der job sie fertig macht sondern dass sie mit ihrem muster sich diesen job ausgesucht hat der ihr diesen druck macht und sie das gefühl hat ich muss mich jetzt befreien von dem job und dann findet sie raus der job ist weg aber das muster sitzt ja immer noch da und sorgt weiterhin dafür dass sie in ihrem kopf ist ja und als meine beste freundin die von der ich euch erzählt habe mit diesen schweren depressionen als sie nach sri lanka gefahren ist wo sie gedacht hat jetzt ist alles so viel besser weil jetzt bin ich in der wärme jetzt bin ich am strand jetzt bin ich nur jetzt bin ich so ein bisschen im urlaubsmodus die hat auch nur sich selbst wahrgenommen also anders gesagt sie hat sich mitgenommen sie hat sich und ihren kopf der im moment halt so wie sie neben der spur immer wieder mal läuft hat sie mitgenommen und was passiert wenn du in ein anderes land gehst in einen anderen job gehst in eine andere stadt was auch immer gehst wen hast du immer im gepäck dich also zu sagen ich schmeiße jetzt hier alles weg ich ziehe jetzt von niddertal nach nidderau wer sich hier auskennt weiß wie weit das auseinander ist so ein Steinwurf ja ich lasse alles hinter mir ich brenne alle brücken nieder also jetzt auch mal wirklich ziehe jetzt von frankfurt nach hamburg so kender kaisau fang ganz neu an am ende des tages nimmst du dich selber mit und das was du da triffst das bist du so wie du auf die menschen auf das leben auf die situation zu gehst das triffst du und das kommt zu dir zurück und wenn du glaubst dass du immer noch mehr leisten musst und dass du noch mehr schaffen musst und dass du noch mehr ich habe so verschiedene scheitel heute hier ich weiß auch nicht irgendwie egal jetzt habe ich vor allem den faden verloren das wovon du überzeugt bist das triffst du in deinem leben wieder das wird dir immer wieder gezeigt so ist es früher hatte ich arbeitsverhältnisse wo ich immer gedacht habe das ist jetzt die firma da muss ich jetzt so ein gebügeltes ding anziehen und in unbequemen schuhen rumlaufen und muss versuchen möglichst alles zu machen was die chefs mir sagen und bloß nicht raus zu fliegen ja was zur folge hatte dass ich über jahrzehnte schreckliche arbeitsverhältnisse hatte ich hatte eine narzisstische ich sag das immer ein bisschen vorsichtig weil ich weiß es ja am ende nicht aber so die verhaltensweisen würde ich in diese richtung schieben dass die doch sehr ausgeprägte narzisstische züge hatte dann hatte ich einen cholerischen chef der mich als was hat er zu mir gesagt jetzt muss ich überlegen sie sehen aus wie der hinterletzte schmierlappen alter schwede ja das war auch schon mal was aber da habe ich halt auch gerade so eine wendung durchgemacht da bin ich nämlich irgendwie so von meinem ich ziehe jetzt hier also ich habe reiseverkehrskauffrau gelernt in einem land vor unserer zeit habe ich mal sowas gelernt ja ich bin heutzutage froh dass ich einen kaufmännischen beruf habe aber lange zeit fand ich das dann irgendwie auch blöd und dachte so ach na ich bin ja eher so der künstler gell früher reiseverkehrskauffrau und heute sage ich ja ich bin so der künstler und gott sei dank habe ich eine kaufmännische ausbildung verdammte hacke weil ich das nämlich gar nicht so schlecht kann ja dieses ganze büro ding aber eine ganze zeit lang war das so auf meine liste auf meiner liste der abgelehnten dinge weil meine eltern das halt so toll fanden ja so mach mal kaufmännische ausbildung und dann habe ich auch tatsächlich eine kaufmännische ausbildung gemacht ja ich habe mich da so rein drücken lassen was echt ein ding war ja ich weiß noch ich wollte gerne fotografin lernen oder oder kindergärtnerin und meine eltern die haben mich da gar nicht ernst genommen die haben gesagt da würde oft so ein scheißen da verdienen sie doch gar nichts und bäh und nene mach lieber eine kaufmännische ausbildung oder geh doch dahin oder mach doch am besten zu der bank da arbeit sie von neun bis um vier und egal was ich so wollte das war alles irgendwie nix ja und statt zu sagen ja okay dann verdiene ich halt weniger habe ich mich dann habe ich mich dann in diese kaufmännische ausbildung reindrücken lassen ja weil ich gedacht habe meine eltern die wissen schon was besser ist für mich auch wenn es mir jetzt nicht passt aber die werden schon wissen die haben ja die sind ja schon ein paar darauf den planet hier die werden schon wissen wie es geht ja dann habe ich diese ausbildungsstelle bekommen zur reiseverkehrskauffrau und habe mich da vom ersten tag an einfach nur scheiß unwohl gefühlt die chefin war herablassend die war unangenehm die die war so so hinten rum ich will da jetzt gar nicht so genau einsteigen dann habe ich mich da überhaupt nicht mehr wohl gefühlt dann hatte ich da auch gerade noch auf einmal so eine müsliphase also müsliphase heißt ich bin dann plötzlich in birkenstockschuhen und in latzhosen aufgetaucht ich weiß nicht da muss man ja auch irgendwie ein arsch dafür in der hose haben gell reisebüro schickimicki erst mit blüschen und mit bläserchen und dann auf einmal so guten tag hier bin ich in der latzhose und dann habe ich mir noch alle haare abrasiert also die auf dem kopf das war krass aber ich hatte damals einen freund den fand ich einfach cool und der war halt einfach nicht nicht mainstream das war irgendwie ein cooler typ der hatte eine kneipe der hatte ein musiklabel der hat didgeridoo gespielt der war irgendwie cool und ich habe mir dann damals auch die haare abschneiden lassen und als es dann als ich dann beim vom friseur kam dachte ich also irgendwie gefällt es mir nicht dann hat er gesagt ja dann rasieren muss halt ab weil er hat auch so einen rasierten schägel gehabt das war niemals irgendwie die aussage oder die also das war niemals ein politisches statement das war einfach nur ja rasieren wir so halt ab ja oh mein gott wir saßen mal bei einem italiener mit unseren rasierten köpfen und sind nicht bedient worden wahrscheinlich weil sie gedacht haben da sitzen so zwei rechts radikale wo mir auch sonst so ausgesehen haben ich weiß es nicht sind mir nicht bedient worden und ich bin ganz oft gefragt worden ob ich krebs habe krass und ich habe einfach nur damals die schenete konner geil gefunden und habe mir gedacht ja was die kann kann ich auch rassiere ich mir halt die birne ab ich meine es war eh irgendwie eine verkorkste kurzhaarfrisur und danach wusste ich auch okay mein mein kopf sieht schön aus der ist rund und kunderbunt und so bin ich dann halt in dem reiseberuf getaucht mit lazos und birkenstock und abrasiertem kopf und dann hat der gulerische chef gesagt sie sehen aus wie die hinterletzte schmierlappen das hat er bis sie lauter gesagt mit hochrotem kopf und das war sehr emotional oder einmal kam ich ins büro da lag auf meinem schreibtisch ausgekippt meine ganze schublade der ganze inhalt meiner gesamten schublade lag ausgekippt auf meinem schreibtisch davor hatte meine chef in den zettel gestellt in diesem aber in diesem chaos arbeitet unsere auszubildende mit meinem namen dazu ich habe mich so geschämt aber statt zu sagen dieser mag geht's noch wie seiten ihr drauf habe ich runter geschluckt warum weil ich diese strukturen von klein auf so gelernt habe dieses demütigen und runter machen dieses klein machen ich hatte auch bis dahin nur so merkwürdige partner die mich entweder unter druck gesetzt haben wenn du nicht mit mir schläfst mache ich schluss und dann hatte ich einen der immer der meinung war dass dass ich mir nicht genug merken kann dass ich unaufmerksam bin dass ich immer alles durcheinander bringe du musst mehr dies du musst mehr das also ich habe lauter leute in meinem leben gezogen inklusive der chef in dem chef die alle damit beschäftigt waren mich klein zu machen mich runter zu machen ich war sogar später bei irgendwelchen schamanen und spirituellen lehrern weil mich das schon immer sehr interessiert hat selbst die haben mich runter gemacht und klein gemacht selbst die haben strukturen gezeigt wo ich heute sage also schamane ja von mir aus rasselste und pusteste in steine und hast da auch heilerische fähigkeiten aber rein vom menschlichen und was du hier gerade abziehst das geht nicht das ist hochgradig manipulativ und toxisch ja und warum sind mir die alle begegnet und warum sind mir die alle so rundherum ich mache extra so weil es am ende landet es hier drin in meinem kopf in meinem system ich habe diese menschen in mein leben gezogen meine inneren antennen haben ausgestrahlt ich bin klein klein ich bin klein ich bin ein opfer du darfst auf mir rumhacken du darfst mich runter machen du darfst mich fertig machen du darfst mich demütigen ich bin nämlich gar nichts wert schon meine eltern haben früh erkannt ich gehöre eigentlich ins heim und wenn ich zwei gewesen wäre dann wäre es viel zu viel gewesen also ich habe einen ungeborenen einen ungeborenen zwilling also das hat man hinterher festgestellt dass die schwangerschaft eine zwillingsschwangerschaft war zwei von deiner sorte hätten wir eh nicht verkraftet und so weiter und so fort also kommt alle her und bestätigt mir bitte das was ich glaube und dann kamen sie alle und haben mich mit scheiße beschmissen ja und ich habe das halt geglaubt das war meine wahrheit und egal wo ich hingegangen bin ich habe immer wieder solche leute getroffen warum weil meine antennen mitgegangen sind die die ganze zeit gefunkt haben und selbst wenn ich nach sri lanka gegangen wäre oder wo auch immerhin es wäre immer wieder so gelaufen ich hätte menschen in mein leben gezogen die mir mein leben zur hölle machen ja und daran habe ich gearbeitet das war das war jahrelange arbeit und die ersten male aufzustehen aufzustehen und zu sagen was du da gerade mit mir machst und ich weiß das mit dem zeigefinger ist so eine sache drei zeigen zu mir oder drei zeigen zu mir wenn ich so mache zeigen drei zu mir das heißt ich muss bei mir auch gucken aber der moment aufzustehen und zu sagen was du da gerade mit mir machst ist nicht in ordnung was du da gerade sagst das geht gar nicht das ist nicht augenhöhe du erhebst dich über mich du meine versuchst mich zu manipulieren du versuchst mich klein zu machen du versuchst mich klein zu machen ja das ist es im endeffekt so und das erste mal dass ich so aufgestanden bin was habe ich da gezittert als ich diese ansage gemacht habe ja und dieses dieses aufstehen und dieses sagen hey was hier gerade passiert ist nicht in ordnung das ist der aller allererste große schritt weil es ist der schritt des erkennens dass so wie es gerade läuft ist es nicht in ordnung es ist vertraut weil es immer wieder so war in meinem leben dass ich runter gemacht worden bin dass ich ach weißt du so ach du du mit deinen färz im kopf und was soll das schon wieder werden ja weil ich das einfach so gewohnt war dass man mich nicht ernst nehmen kann und habe ich mich natürlich selber auch nicht ernst genommen und mein ganzes umfeld hat diesen glaubenssatz eben auch bestätigt mich nicht ernst zu nehmen auf meinen gefühlen rum zu trampeln mich runter zu machen und egal wo ich hingezogen wäre ich hätte das überall mit hingenommen ich bin aber nicht in der weltgeschichte rumgezogen ich bin ein landei und ich bleibe auch hier sehr wahrscheinlich wer weiß was das leben noch bringt ja und deswegen also deswegen liebe ich auch diese diese bewusstseinsarbeit so sehr weil ich immer wieder feststelle es geht immer weiter ich kann immer wacher und immer bewusster werden in dem wer ich bin und was ich tue und welche frequenzen ich eben aus sende ja und wenn du so das gefühl hast dass in deinem leben jetzt lauter leute sind die dumm zu dir sind die arschig zu dir sind die dich klein machen die dich was auch immer ja dann darfst du das in frage stellen dann darfst du dich fragen ob das so wirklich in ordnung ist und ob du das wirklich verdient hast du glaubst noch dass du es verdient hast in dir drin ganz tief in dir drin glaubst du das noch wenn du jetzt einen widerstand hast und sagst das glaube ich gar nicht ich glaube ich habe das allerbeste verdient ich habe einfach nur das falsche außen wenn du so reagiert dann schau erst recht nach innen weil wenn du es in dir drin gelöst hast wenn du in dir drin wirklich glaubst dass du es wert bist dass man dich auf augenhöhe und gleichwertig behandelt dann ziehst du auch so ein außen an das außen ist also nicht falsch das außen ist ein spiegel von dir wirklich schwöre nein ich kann es natürlich wissenschaftlich nicht beweisen ja das ist meine erfahrung und das schöne ist je mehr ich daran gearbeitet habe je mehr ich mich befreit habe aus diesem gefühl von so wie du bist bist du nicht richtig desto besser ist mein außen geworden vor ein paar jahren war ich noch in so einem fitnessstudio geführt von einer russischen chefin die immer gesagt hat du musst wirtschaftlicher denken nicole du musst gucken dass du schaust dass dem studio am besten geht und nicht den mitgliedern und ich eher immer so hey peace mitglieder ja und ich konnte so nicht umdenken und dann war da auch noch so ein unternehmensberater fuzzi der dann auch gemeint hat ich müsste mal an meiner einstellung arbeiten aber die einstellung war immer nur in die richtung das unternehmen irgendwie voranzubringen und profitabler zu denken und so bin ich halt einfach nicht es gab auch sachen die ich in der zeit gelernt haben nämlich das war sehr sehr spannend da wurde in einer tour hinten rum geredet und gelästert jeder über jeden und ich völlig naiv damit rein und am ende war es dann so da gab es eine situation wo ich da wo wir darüber gesprochen haben was wichtig ist wenn man in einem team ist und dann habe ich so zwei drei sachen aufgeschrieben wo ich so gedacht ja das ist wichtig dass man loyal ist und dass man miteinander redet und dann habe ich während ich darauf gewartet habe dass ich dran komme habe ich gemerkt dass ich scheiße gebaut habe dass ich gelästert hatte dass ich jemanden hintenrum sozusagen schlecht gemacht hatte und das ist einfach so nicht in ordnung war wie ich das gemacht habe und das was ich auf meinen zettel geschrieben habe ich möchte gerne dass wir alle miteinander reden und nicht hinter hinten hinterm rücken da habe ich gemerkt ja schön dass du das gerne so hättest aber mutti du hast das nicht gemacht du hast jemanden in die pfanne gehauen und dann kam während ich noch darauf gewartet habe dass ich meinen teil vortragen sollte kam auf einmal diese scham nach oben dieses erkennen hey ich habe scheiße gebaut und als ich dann dran kam alle augen auf mich gerichtet und nicole was denkst du was wichtig ist für ein team mache ich einen mund auf und fang bitterlich an rotz und wasser zu heulen und habe gesagt dass was ich aufgeschrieben habe das ist zwar wichtig aber das ist das was ich nicht gelebt habe und ich habe hier einer person im raum unrecht getan und habe sie angeschaut und habe gesagt und ich möchte mich bei dir dafür entschuldigen ich war ein arschloch es tut mir wirklich leid es wird mir gerade eben jetzt bewusst wo es darum geht was ist eigentlich ein team ich habe mist gebaut und das war für mich eine wichtige erfahrung weil ich wieder mal mich selber erkannt habe weil ich gemerkt habe das was hier auf meinem zettel steht das ist nicht das was ich lebe ich war hinterfotzig ich war ein arsch und im nachhinein muss ich sagen finde es echt geil dass ich den arsch in der hose hatte vor dem ganzen team inklusive chefin und unternehmensberater fuzzi so zu meinen gefühlen zu stehen und mich wirklich von herzen zu entschuldigen fand ich richtig geil später habe ich mit der person noch mal geredet und angeblich hat sie mir auch alles verziehen aber dann kam das nächste hinten rum und dann war ich raus aus dem laden also diesmal kam das hinten rum dann von der person das war dann wie so eine art oder so keine ahnung am ende war ich einfach froh dass ich da raus bin weil das war irgendwie so ein ratten ist oder nee schlangenest sagt man glaube ich gar so dieses oder musste echt hier aufpassen und darauf passen und der redet über den und der redet aber da habe ich auch was über mich gelernt weil ich rede nämlich auch über den und über den aber ich meine es nie böse ja also theoretisch meine ich nicht böse aber praktisch ist es hinten rum reden oder sich hinten rum eine meinung bilden oder eine meinung zu äußern ist total scheiße ehrlich gesagt und ich versuche seitdem noch mehr das zu leben was ich jemandem vorne rum nicht sagen kann sage ich auch nicht hinten rum und dieses meinungs bilden ja das das habe ich bei mir jetzt auch gemerkt das ist das ist auch ein unangenehmer charakterzug der auch der mir auch von zu hause mit in die wiege gegeben wurde dieses über alles und jeden eine meinung mir zu bilden oder eine meinung zu haben also was zu allem und jedem auch so ungefragt so auf der straße jemand zu sehen sagen oh gott was hat denn die für eine frisur was hatten die in ihrem einkaufswagen guck mal wie der läuft und sowas also dieses permanent das außen irgendwie einordnen in in was weiß ich lachhaft blöd bescheuert keine ahnung ja und dieses dieses verhalten habe ich da in diesem fitnessstudio ganz ganz klar vor augen gehalten bekommen dass ich das nämlich auch mache dass ich mir auch meinungen bilder und diese meinung dann mit anderen besprechen und dann denkst du irgendwie du bist jetzt hier auf einer wellenlänge weil du mal über einen kollegen irgendwas gelästert hast oder gesprochen hast das hat sich dann ins lästern entwickelt und dann kommt aber dieser bummerang wieder zu dir zurück weil der dann mit dem und nach hast du schon gehört und also total bescheuert ja also wie gesagt nochmal dieses fitnessstudio war insofern sehr sehr lehrreich weil ich gemerkt habe was ich auch für eine kackpratze bin und dass ich sehr unangenehme wesenszüge auch da an den tag gelegt habe und deswegen war es am langen ende wieder gut ja egal wie unangenehm sich dieses arbeitsverhältnis dann angefühlt hat am ende war es gut so weil es hat mir geholfen mehr zu dem menschen zu werden der ich bin und wegzugehen von dem wie andere denken dass ich zu sein habe du musst mehr profitabel denken für das fitnessstudio und die kunden die lügen und was weiß ich ich denke nicht so ich gehe immer davon erstmal aus dass die leute mir die wahrheit sagen ja damit bin ich auch schon auf die nase gefallen aber ich möchte nicht in die welt gehen und sagen das was du da sagst das stimmt auch wahrscheinlich eh nicht für mich hat jeder vorschusslorbeeren bin ich wie gesagt auch schon aufs maul gefallen aber vorschusslorbeeren hat erstmal jeder vorschussvertrauen ne ja und mittlerweile bin ich in einem arbeitsverhältnis auch jetzt schon seit fast einem jahr wo ich merke es ist es ist laut es ist rau es ist chaotisch es ist manchmal total nervig und anstrengend und man findet manchmal gar keinen klaren plan oder man hat das gefühl ich habe das gefühl es ist irgendwie alles viel zu viel es kommt von allen seiten alles können sie mal gucken ob die rechnung bezahlt ist die mülltonne in offbach sind nicht abgeholt worden wir brauchen neue glühbirnen für den den hausgang haben wir eigentlich schon den schlüssel für die unterhaltsreinigung in der liegenschaft und nebenbei dann noch hier der und der wird abgemeldet und da haben wir neue 520 euro minijobber wie würden das jetzt eigentlich umgerechnet mit denen ganze stunde keine ahnung ja und 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 baustelle baustelle baustellenreinigung hier feinreinigung da und aber am end vom tag am end vom tag ist es so dass ich von menschen umgeben bin mit denen kann ich so sein wie ich will bin mit denen kann ich so sein wie ich will und so sein wie ich bin ich kann auch mal laut schreien und sagen nein ich kann das jetzt nicht machen nein ich kann jetzt keinen gefallen tun nein ich kann jetzt nicht noch diese fünf rechnungen schreiben weil ich jetzt hier noch 45 schreiben muss oder auch mal sagen ja komm gib her ich mach das für dich oder ja komm ich fahr dich mal durch die gegend ja oder ich hole mal das auto beim tüv jetzt ist es ein ein miteinander es ist nicht mehr so dass ich das gefühl habe da steht einer und macht mich klein und sagt wieso ist das nicht wieso ist das nicht wenn mein chef heute sagt ja da haben sie jetzt aber schulden da muss ich lachen und sagt ja genau hauptsache irgendeiner hat die schuld gärter ist schon mal besser so kann ich reden mittlerweile und wenn ich merke okay die stimmung ist jetzt nicht ganz so mein chef ist vielleicht gerade bis sie quer gestrickt lasse ich ihn einfach in ruhe statt mir dauernd zu überlegen oh jeder ist bestimmt sauer weil ich gestern die fünf rechnungen nicht noch mal extra schreiben wollte nö lassen doch vielleicht hat er einfach gerade schlechte laune vielleicht ist es wegen den fünf rechnungen gestern vielleicht ist es aber auch weil er gerade was blödes gefrühstückt hat oder der kaw war schlecht und dann lasse ich den in ruhe und dann brummelt er so wie sie vor sich hin und irgendwann ist es auch wieder gut ja und dann können wir wieder lachen miteinander und das finde ich halt richtig richtig geil weil an diesem arbeitsverhältnis sehe ich einfach den spiegel meines inneren es ist jetzt im flow es ist jetzt schön und auch da gibt es immer wieder aufgaben und herausforderungen das heißt ja nicht dass es jetzt auf einmal aufhört aber jetzt ist es ich muss gerade sagen mein sohn der wollte jetzt hier schon ein paar mal durchgehen jetzt ist er einmal vorne aus dem haus raus ums haus herum um auf dem balkon seine geschäfte zu verrichten süß und guckt hier gerade so also ich bin hier ja also es ist gerade wirklich vieles im flow und leute ich kann euch aus meiner eigenen erfahrung inspirierenderweise sagen wenn es draußen halt läuft geh nach innen und gucke mal nach ob du dich nicht vielleicht in deinem eigenen plan verlaufe hast fällt mir jetzt wieder ein der satz scheint wichtig zu sein und wenn es nur für einen von euch wichtig ist schau mal nach ob es irgendwie für dich passt also im außen chaos ätzend scheiße anstrengend blöde leute scheiß beziehung blöder job kindernerven alles ist dumm kacke blöd falsches außen nein dein außen ist dein innen also wenn alles doof ist dann ist da drin irgendeine frequenz die vielleicht mal angeguckt werden sollte hallo liebe frequenz was willst du eigentlich ich bin ein opfer macht mich fertig macht mich klein damit ich mich so fühlen kann wie ich mich früher gefühlt habe weil das kenne ich da würde ich mich sicher du arme kleine seele das brauchst du jetzt nicht mehr und dann tröstest du mal diese kleine frequenz blablabla das führt jetzt alles viel zu weit meine hauptaussage für heute nach 39 minuten ist wenn es außen klemmt geh mal nach innen und guck mal was löst dieser blöde chef bei dir aus was löst diese dumme kollegin bei dir aus was löst der arsch von freund bei dir aus was löst das allein sein bei dir aus was löst die überforderung bei dir aus und schau dir diese gefühle an statt zu sagen der arsch spür mal ich bin wütend ich bin so schweine wütend ich bin so enttäuscht ich bin so nimm mal diese diese zielscheibe da weg diesen chef schieb den mal zur seite und sag welches gefühl willst du denn da dauernd hinfeuern ja und guck dir mal dieses gefühl an und guck mal von wo dieser pfeil kommt so geht denn mit dem bewusstsein verstehst du immer wieder gucken bei dir was ist da los bei dir weil du bist du das was du denkst was deine realität ist das bist du du in dir drin und wenn du denkst alle sind dumm dann guck mal was bei dir innen drin los ist könnte sich lohnen könnte dein außen verbessern jawohl so ich mach mal fertig ihr lieben danke für eure aufmerksamkeit und wir sehen uns demnächst in diesem theater das sieht ja auch bescheuert aus oder hallo macht's gut mach's gut Vielen Dank.